...dankensweise bereit erklärt hat, heute Abend hier zu kämpfen gegen einen von dem Tim hier, dem Hansetim. Er hat eine harte Vorbereitung gemacht und sein Trainer hat ihn eben gerade noch gelobt und hat gesagt, er hat sich wunderbar vorbereitet. Seid jetzt alle laut für den nächsten Hansetim-Kämpfer, Axel K. Pelke! I've got this up. Axel K. Pelke! Axel K. Pelke! Axel K. Pelke! Junke! Junke! Axel K. Pelke! 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 Das ist ruhig, Axel. Axel! Ganz ruhig. Heuer! Axel! Schön ruhig. Ganz ruhig. Denk an aufs Knie, Axel! Ja, sehr schön! Könnt du bleiben, Axel? Genau! Denk an aufs Knie! Komm mal, Tremlux! Denk ihn, ey! Jawohl! Axel, der erfüllt das Knie! Axel, raus! Ja, komm! Achsel, Axel! Dann hat die Kumpen von eurem Bord! Ist die Verwürdigung, Axel? Komm, Alex! Komm, Michael! Komm, alle drei Minuten! Jeff, geh, komm! Komm, Michael, komm, Alex! Komm, selber! Komm, Axel! Alles, bitte! Ja! Alex, ich bin da! Ja, 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 ja. Wie gesagt, das ist der erste Kampf. Er hat sich hart vorbereitet. Er kämpft direkt immer. Der neue Kämpfe schon mal hat er. Und wir sehen 80 Kappel vom Huzzle Gym, Hamburg. Und das ist der erste Kampf, der Kai Gym, Lübeck. Wir haben uns bereit für den treibende Runde. Gute Runde, Axel. Wir haben weiter auf. Komm, Axel. Ja, Axel. Genau. Und das war ich. Okay. Ja, Maxel, weiter. Langt. Genau, der kick der her. Weiter, Axel, komm! Weiter, Axel, komm! Wir sind weiter mit diesen Alex! Jawoll, du hast ihn! Komm, Axel, weiter! Jawoll! Und weiter mit den Alex! Und weiter mit den Alex! Und weiter mit den Alex! Jawoll! Axel! Gut, Alex, genau! Komm! Komm! Komm, dich mit einer an der Leck! Ja, gut! Die Hälfte ist rum, Axel! Komm, Axel! Gut, Axel, komm! Achel, komm! Achel, komm! Achel, komm! Links, rechts! Raub, Axel, komm! Mit der Rechte! Die Rechte! Die Axel! letting you do! any of you?". Komm, guys! Hey, come! Achel, komm! Greta, línea! Achel, greta! � hab율! Mehr let's nicht? Deinruf colp! Jan정! Stopp! Schlau! Schlau! Glöömente! Applaus 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 So alle komm, Feuer frei Abgeroll 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 Komm! Mach's mit weiter! Komm weiter! Komm! 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 Ja! 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 Au! Axt! Komm! die Rechte! Jetzt aber auch. ... Los geht's! Applaus 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 Und das Ergebnis des heutigen Kampfes ist ein Draw. Das heißt unentschieden. Das heißt unentschieden.